so ihr lieben willkommen zurück zu einer neuen folge lasca und surfer lasca aus gr so jetzt geben ab so dass wenn man das haben wir jetzt noch gleich noch mal oder nähe doch welche noch mal oder ach das habe ich nie verstanden deshalb die quest die quest mit den ein pflanzer habe ich nie verstanden ja die machen so wir machen erstmal die quest weiter und zwar nicht die west sondern wo ist denn das trache lässt hier ist immer zu gehen das da kommen wir zu dem feentracht und bei dem feentracht erstmal weit dass man hier der will 20 wird ja hier sind auch die tragen sehr gute neue auch eigentlich machen können ja was man der letzte folge gemacht haben weil da war ich nicht so eine feentrache und die akku die feentrache eigentlich recht bis auf den windwurm ist eigentlich gut wie begeben oder und die machen schaden jetzt bald so aus als müssten wir was machen wir geben eigentlich ganz gut xp und vorm backhaut da macht ganz schön schaden der böse das war zu hart das war zu hart schnell weg das wird zu hart da lieber ja gut weil ich das gerade lese mit dem buch rein machen schicken vielleicht mehr kritten machen oder so noch mal nicht ja zu verbinden von privatsurfern oder von waldopia zu verwöhnt und hat alles braucht nicht so auf die gesundheit achten ja helm schon immer ist natürlich auch nicht schlecht ich habe gesagt ich nehme noch ein bisschen im voraus auf weil ich wollte eigentlich 20 machen und weil sie das aber trotzdem weiter zeigen und nicht jetzt hier die vier video also die vier videos die kommen sind einfach aufhören und dann level 20 machen ich wollte euch ja zeigen mit level 20 aber da ist ja euch eine zeit begrenzt ist welchen wie das noch mal war und wollte ich das jetzt nicht unterbrechen weil danach nach dem also achten vierten video von der nova also von uns gesurfer von lc wäre ja dann wieder adobe dran und ich weiß nicht dass dann zeitmäßig dann so schafft dass das dann wirklich in den rahmen liegt von den zehn tagen das ist ja das problem auch die blaue bräuchte das wollte ich jetzt auch noch mitnehmen wir tun für wiegen er noch eine belohnung weil wenn ich waldopia aufnehmen das kommt dann wird auch nach ostern wollte ich bloß auch hat das ist so schwachsinn entschuldigung können wir eigentlich auch die roten dahinten hauen das war doch die roten das war doch mal endlich blau die roten weiter das ist natürlich ein elite auch der hat uns gleich unser drachling angegriffen voll aus der übung die machen dort zu warten natürlich kommt der angerockt die bringt gut exp die elita und fb oder sp dann spieler spf haben wir doch mal bitte auch ein paar heiltränke daran habe ich jetzt gar nicht gedacht und die ja auch noch akku gezogen haben man hofft nur dass der lindbaum nicht kommt das wäre natürlich schlecht hamburg nicht das wollen akku ach auch 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 doch doch ich auch 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 wieso kommt denn noch ein lindwurm fehlen trocken auch ja ja ihr lieben das ist am ende des videos und somit würde ich sagen und ich bedanke mich für vorzusehen für eure kommentare für eure likes mega daumen an euch und tschüss ja und 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 auch auch